Ja, Mann, na komm, jetzt müssen auch die Glocken da klingeln während ich rede, oder was? Ich hab so Überwindung gebraucht, dieses Programm aufzumachen und das Video zu cutten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, wäre jetzt rübergefahren, ich hätte safe hinterher geboostet. Da ist die Polizei. Grüß die Kollegen. Ich grüße einfach nicht zurück. Einen wunderschönen guten Morgen, wie geht's dich an diesem wunder-, wunder-, wunderschönen Tag? Ja, worüber können wir denn heute reden? Wie man sieht, ich hab's auf jeden Fall geschafft, jede Woche ein Video zu machen. Das hat super funktioniert, genauso hab ich's mir vorgestellt. Also, ich könnte natürlich Argumente nennen, wie es war übertrieben viel los in der Arbeit, deswegen bin ich nicht dazugekommen. Aber bringt ja auch nichts. Ich weiß auch nicht, ob jetzt dieses Video pünktlich kommt, beziehungsweise das nächste Video pünktlich, weil die nächsten Wochen ist wieder Party bei uns. Aber ich geb mein Bestes. Ich versuche, alles pünktlich zu machen. Ja, worüber können wir denn reden? Ich werde anders beschuldigt von der lieben Therese Rangkirchner, dass ich hier Lügen im Internet über sie verbreiten würde. Von wegen, sie wär doch eigentlich immer in der Schule gewesen, oder zumindest oft. Ich hab den Kommentar nicht mehr im Kopf. Aber ihr müsst mir einfach glauben. Nein, Diggi. Einfach nein. Außerdem werde ich sehr wahrscheinlich meinen Gerasenstellenplatz verlieren, was mich jetzt schon anders abf***t für den Winter, dass ich mir da wieder was suchen muss, Mann. Weil ihr müsst euch vorstellen, München zahlt so gut und gerne mal 100 Euro für so einen Platz, Digga. Weißt du, in anderen Bundesländern kriegst du eine halbe Wohnung und hier kriegst du einen Garagenstellplatz in München. Aber ja, das hat dann jetzt auch wieder komplett meine Entscheidung für ein neues Bike. Weil, bah, dann brauch ich zwei Stellplätze, oder ich brauch halt so einen großen Autostellplatz, damit ich alles richtig bunkern kann. Ja, Mann, na komm, jetzt müssen auch die Glocken da klingeln, während ich rede, oder was? Aber ja, wenn ich mir halt jetzt eine 600er kaufe, also selbst das Bike will ich ja nicht im Winter draußen stehen lassen, und eine 600er erst recht nicht. Das heißt, jetzt ist wieder die Suche nach einer Garage angesagt. Yay. Es gibt kaum etwas Geileres in München. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Autovideo kommt irgendwann dann auch. Ich könnte das Autovideo eigentlich in der Garage, aber da sieht man halt gar nichts, weil das Licht da komplett Katastrophe ist. Ha, da kriegt einer ein Strafzettel. Außerdem hatte ich jetzt in letzter Zeit, ich hoffe einfach, dass das mit der Arbeit alles langsam bessert, alles ein bisschen ruhiger wird, dass ich auch dazu komme, Videos zu machen, weil die Tage, die ich dann mal zu Hause war, oder was heißt, die Tage, wo ich zu Hause war, die Zeit, wo ich zu Hause war, hatte ich dann halt auch gar keinen Bock zu katten. Also ohne Spaß, das letzte Video war, glaube ich, eine Woche oder so lag es bei mir auf der Festplatte drauf, und ich hatte wirklich 0,0 Bock, irgendwas damit zu machen, weil ich halt nach der Arbeit keinen Bock hatte, mich noch hinzusetzen, obwohl es nicht mal lang dauert. Aber ich habe so Überwindung gebraucht, dieses Programm aufzumachen und das Video zu cutten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Yay, der Tunnel ist endlich fertig. Einfach blaue LEDs, als ob wir einfach Shisha-Bar wären, Jungs. Aber schön, dass man jetzt nicht 10 Minuten Umweg fahren muss, um in die Stadt zu kommen. Danke an die Stadt auf jeden Fall, dass ihr es nach zwei Jahren hinbekommen habt, den Tunnel zu machen. Ja, Jungs, Mann, was soll das denn? Also wer jetzt rüber gefahren, ich hätte safe hinterher geboostet. Die Gehäute sind ja richtig langweilig, Mann. Heute nehme ich euch einfach mit, wie ich nach Hause fahre. Vorne ist die Polizei, das heißt, wir fahren ganz legal hintereinander. Und weg ist die Polizei. Das heißt, so viel wie alles ist jetzt erlaubt. Das heißt, die Polizei. Grüß die Kollegen. Nein, ich grüße einfach nicht zurück. Ich glaube, das darf ich so nicht sagen, Digga. Das ist ein alter Maserati. Digga, soll der so wackeln? Ah, dem Wotenten. Da war wohl jemand unzufrieden mit seiner Fahrweise. Also der hat ja 0,0 Zeit, Junge. Nee, Digga. Da wart ich safe nicht, sagte ich, als ich mich hinten anstellte. Ist das nicht irgendwie so eine uralte S-Klasse da vorne, die wahrscheinlich 500.000 wert ist oder so? Die sah auf jeden Fall wichtig und teuer aus. Hör mal auf, YouTube. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nach Hause. Und ich hab anders Hunger. Und ich muss mich auf morgen vorbereiten, dass ich morgen und übermorgen mal zwölf Stunden arbeiten darf. Wie viel kostet Benzin? Ah, man, na, komm. Warum ist Super wieder teurer als diese? Das gibt's doch nicht. Na ja, YouTube, wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, allen Leuten zeigen, die ihr kennt, die ihr je kanntet. Und auch Leuten, die ihr nicht kennt. Warum nicht? Wenn's euch nicht gefallen hat, dann hat's euch nicht gefallen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla. Komm, gib Gas. Danke, friend.